Wenn Sie gerade sagen, wir haben da überall Abstriche genommen, selbst auf der Katze, wo sind denn die meisten Viren drauf? Das ist ja zum Beispiel auch ein Riesenthema für viele Leute. Und auch da hören wir immer sehr viele widersprüchliche Meldungen. Was können Sie uns verbindlich dazu sagen? Also die Katzen haben übrigens super mitgearbeitet. Die haben alle auf den Stäbchen rumgebissen. Keine der Katzen ist positiv gewesen für Covid-19. Was interessant war, und das ist eben unter der Leitung der Hygiene, die kennen sich auch da sehr gut mit aus, aber wir haben selber dann Viren zwar nachgewiesen auf den Türklinken oder mal im Toilettenwasser, mal im Waschbecken, aber wir haben dann in der Virologie diese Abstriche genommen und haben versucht, das anzuzüchten und zu schauen, ob das Virus wachsen kann, ob das Virus infektiös ist. Und das konnten wir nie. Was bedeutet, dass wir quasi die DNA von toten Viren, also RNA von toten Viren nachgewiesen haben, aber kein lebendes Virus da rausgekriegt haben. Das heißt, der Griff an die Türklinke, der Obstkorb im Supermarkt, die Katze, das Handy, was auch immer, davon geht eigentlich keine Gefahr aus. Ja, also das wird jetzt in der neuen Studie, die wir jetzt aufgesetzt haben, vertieft. Wir wollen eine repräsentative Stichprobe auch in diesem Bereich haben, nicht nur bei der Dunkelziffer, um wirklich genau zu sagen, wo befindet sich Virus, wo befindet sich kein Virus. Aber für mich sieht es nach den vorherigen, die Ergebnisse, die wir bisher haben, danach aus, dass eine Türklinke nur infektiös sein kann, wenn vorher jemand quasi in die Hand gehustet hat und dann raufgegriffen hat und man danach auch wieder auf die Tür klinkt. Und danach heißt, also wie lange halten die sich da drauf? Haben Sie da eine Idee? Also so eine Zeitstudie ist gut noch nie durchgeführt worden. Wir wissen es nicht genau, aber wir waren in einem Haushalt, wo viele hochinfektiöse Menschen gelebt haben. Okay. Und trotzdem haben wir kein lebendes Virus von irgendeiner Oberfläche bekommen. Das ist doch mal eine gute Nachricht, finde ich. Das heißt, das Abstand halten, Leuten einfach nicht zu nahe kommen, nicht zu lange mit jemandem aus Nähe zu sprechen und Hände waschen, etwas ist, was uns wirklich weiterbringt. Davon bin ich überzeugt. Und da finde ich auch ein bisschen das Problem in unserer Diskussion bisher, dass wir sehr über Spekulationen und Modellrechnung reden. Und da muss ja nur ein Faktor in so einer mathematischen Rechnung falsch sein. Dann fällt das alles zusammen wie ein Kartenhaus. Ich finde, es ist eigentlich genau, das muss man machen gerade, dass man die Daten zusammensammelt und wirklich Fakten schafft, dass man auch auf deren Basis Empfehlungen aussprechen kann und auf deren Basis auch Entscheidungen treffen kann. Darf ich mal fragen, hat das Robert-Koch-Institut diese Studien dort in Heinsberg, wo man das ja sozusagen beispielhaft betrachten kann, haben die das dort auch untersucht? Nein, das hat mich selber auch gewundert, dass sie das nicht gemacht haben. Wir haben uns von unserer Seite erst mal zurückgehalten, weil wir dachten, das ist eine Aufgabe der Bundesoberbehörde, so etwas zu machen. Weil sie ja uns auch Empfehlungen, also auch für die Diagnostik, Empfehlungen an die Hand geben, wen man testen soll, wen man nicht testen soll. Und als ich dann gelernt habe, dass das Robert-Koch-Institut so eine Studie nicht macht, aber auch nicht andenkt, fand ich das eigentlich fast eine Pflicht als Virologe, dass wir das machen sollten. Ich könnte mir natürlich auch gut vorstellen, jetzt einfach nur meinen normalen Arbeitsalltag nachzugehen. Also das ist natürlich eine extreme Mehrbelastung. Aber so eine Studie muss gemacht werden, damit wir einfach für die Politik, aber auch für die Bürger Antworten finden. Vielen Dank. Vielen Dank.